Hallo zu einem neuen Video. Heute holen wir noch ein Ballen nach Hause. Warum ein Ballen noch? Weil die anderen schon da sind. Die hat der Freund von meiner Mama hierher gebracht weil der bei sich auch irgendwie Ballen gefahren hat oder so und hatte da den Ballenspieß dran und dann hat er die jetzt, die er fahren konnte, hierher geholt. Die liegen da. Ja, wir versuchen das immer ein bisschen nicht so dicht zu legen und er ist ein bisschen alte Schule und ist auch ein bisschen älter und so. Kann sich nicht mehr so nach hinten drehen und so. Die liegen hier teilweise ein bisschen dicht. Also der ist dran. Naja, der auch. Aber hier liegen noch zwei Stück oben drauf. Die habe ich ja letztens einfach noch abgeladen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Jetzt ist nur die Überlegung, ob ich die einfach runterrolle. Das hatten wir ja mit den anderen Ballen auch gemacht, die eingewickelt worden sind. Oder ob ich, weil ich den gerade abgekoppelt habe hier und den Ballenspieß, also den Spieß dran habe, habe ich das einfach jetzt doch mit einem Frontner da ablade. Aber das ist immer so ein bisschen... weiß ich auch nicht. Ich weiß es noch nicht so ganz genau, wie ich das am besten mache jetzt. Oder am sinnvollsten, sagen wir mal so. Wer hat kein Problem, anmachen, abpieken und dann da hinlegen. Es juckt mein Fuß. Naja, genau. Erstmal soweit dazu. Und dann würde ich sagen, mache ich das erstmal und dann müssen da hinten ja die Ballen, die da hinten sind, noch umgelagert werden. Weil die, die da sind, die wurden ja nass. Und ja, die möchte meine Mama auch zuerst verfüttern. Und weil die ja auch länger liegen, wie die hier. Weil die müssen so ein bisschen lagern, bevor man die verfüttert. Und ja, aber wir kriegen ja noch welche. Also wir haben Fütter genug. Also ja, soweit dazu. Und dann würde ich sagen, machen wir den Träger mal an und starten hier. Aber das zeige ich euch nicht, weil das habe ich jetzt schon oft genug gezeigt. Aber wie wir den und wenn wir den anderen Ballen aufladen, das zeige ich euch. Genau. Warum ich noch ein Ballen hole und auch mit einem Hänger ist, weil der irgendwie ein bisschen wenig Netz drum hat. Und deshalb wollte er den auch nicht mit einem Träger und mit einem Heckspieß holen. Nicht, dass er noch aufgeht und halt, ja, das Ganze heute dann verteilt. Und deshalb hole ich den mit dem Anhänger. Und genau, soweit dazu. Also genau, deshalb hole ich den mit dem Hänger, weil der aufgehen kann. Ich gucke mir den sonst gleich an, wenn ich den vielleicht nicht so hoch kriege, wie auch immer. Vielleicht ist er dann auch nicht so stramm gewickelt oder so. Ja, genau, soweit dazu. Auf der Riese angekommen. Da steht noch der Heubänder. Da muss ich noch was zu erzählen. Da ist der, ja, Heubein. Der sogenannte, oder wovon wir gesprochen haben. Äh, ja. Den gucken wir uns gleich mal ein bisschen genauer an. So, wollen wir den mal eben wieder abkoppeln hier. Da schau ich euch mal hin. Hier, ne? So. Da könnt ihr ja bleiben ein bisschen mehr wehen. Da könnt ihr noch was freuen, eure Linse. Ja, dann mal den. Dann schau ich mal hin. Dann schau ich mal hin raus. Ja, dann machen wir das anders. So, haben wir ihn abgekoppelt. Wir haben jetzt die Linse ein bisschen dreckig. Dann können wir hier mal in den Platt mal aufmachen. Dann haben wir diese Seite hier auch. Warum diese Seite? Weil hier diese, äh... Ja, jetzt die Kette da nicht dran ist. Dann seht ihr die? Da hinten? Ja. Genau, ich setz den Bein gleich so ziemlich würdig rauf. Und dann klappt das wohl schon. Äh, genau. Hier liegt überall noch so ein bisschen... Heu. Wie man sehen kann. Das ist halt, weil das hier so... Wie nennt man das? Kopiertes Gelände ist. Hier ist alles so uneben und so. Und dann kriegst du ja auch nicht alles mit hier. Genau. So, den gucken wir uns jetzt hier mal an. Und... Ja, der war hier nicht richtig... Das letzte haben wir so ein bisschen kaputt hier. Gucken wir uns das mal an. Ja, ansonsten geht eigentlich. Ich nehm den von hier auf. Damit ich dann auch gleich geradeaus weiterfahren kann. Und weil das hier halt ein bisschen... Am besten gewickelt ist. Oder danach viel... Ja, Band dran ist. Netz ist doch. Netz dran ist. So, vielleicht stelle ich euch hier nochmal irgendwo auf. Mal sehen, wie das so passt. Und dann... Mal sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 genau also liegen hier zwölf ballen drin also da sechs wenn der hier leer wäre könnte man da auch sechs ballen noch rein lagern aber ja dann haben wir keine möglichkeit mehr um halt ein paar maschinen zu lagern genau soweit dazu und dann kommt gleich noch etwas dann haben wir hier noch zum reparieren mehr oder weniger kann man nehmen muss man aber nicht und das kann man auf der einen seite drauf und dann kann man das andere da auch wieder aufbacken müsste eigentlich doppeltseitig sein genau und dann kann man da was drauf machen mal sehen wie gut das hält soll eigentlich halten weil das wird aufgenommen um halt so sandsäcke daran zu befestigen probieren wir aus und so weit dazu ich dachte hier werden auf dem katalog dabei ist nur dieses klip für bin der fix text für strom strom ballen schutzvlies wahrscheinlich nicht ja okay gut das war es dann soweit dazu aber das zeige ich euch dann wenn es soweit ist ja noch mal ein kleiner nachtrag dieser ballen der dem wir oben als letztes rein getan haben den ich noch von der wiese geholt habe dieser halboffen sag ich mal so den können wir bestimmt noch verfüttern ja aber es dauert noch ein bisschen ich weiß jetzt nicht wie sie den aufmachen eigentlich sollte man so pferdeheu ich glaube sechs oder acht wochen lagern oder so oder vier wochen glaube ich bevor man die bevor man das verfüttert ist jetzt einfach so eine regel wo dran das jetzt so dann wirklich liegt weiß ich jetzt auch nicht ganz genau irgendwie dass das halt noch mal ein bisschen nachtrocknet oder irgendwie keine ahnung auslüftet noch mal so ein bisschen vom vom pressen also sondern so eine ja wie kann man das nennen ja irgendwie so so ne ich komme jetzt nicht auf jeden fall so ne lagerung ist das dann findet man auch im internet ne dass man das dann halt wie gesagt ich weiß jetzt nicht ganz genau vier oder sechs meine sechs wochen oder so oder acht wochen also ein monat oder zwei monate sollte man das glaube ich liegen lassen aber ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau genau das soweit dazu genau das soweit dazu den ja diesen klett da das habe ich jetzt noch nicht gemacht haben wir oder haben wir auch noch nicht gemacht äh das kommt ihr auch wie schon angesprochen auf die anderen ballen die noch kommen und da wird das dann drauf gemacht und dann zeige ich das und genau da erkläre ich euch das dann oder wie wir das gemacht haben und wie gut das funktioniert und hält und na das kommt also noch also ja vielleicht wenn ich nicht vergesse verlinke ich das unten drinnen ne von Sippmann ist halt ja da habe ich es halt gefunden da habe ich auch ballenvlies und so das finde ich gar nicht mal so verkehrt die haben auch verschiedene vlies vlies für ich meine auch für ketttoffeln für Hackschnitzel zum abdecken und noch glaube ich haben was für Kompass oder so irgendwie sowas oder Hackschnitzel und Kompass ich glaube auch Ballenvlies oder so vlies zum abdecken für Kartoffeln glaube ich oder für Rüben oder so bin ich mir jetzt aber nicht mehr so sicher äh ich kann mal sagen oder ich kann mal sagen ich guck mal vielleicht verlinke ich nochmal das vlies was wir benutzen ich weiß jetzt gar nicht mal welches vlies das ist muss ich mal gucken ich glaube wir haben noch einen Karton da rumfliegen das verlinke ich dann euch auch entweder bei Sippmann oder oder eben von Sippmann eins und dann eins noch von dem was wir haben haben wir so äh ich weiß auch gar nicht mehr ob Sippmann ist ja einfach ja nur der Vertrieb ob das jetzt das vlies auch von Sippmann ist oder ob das von einer anderen Firma ist das weiß ich jetzt gar nicht wie gesagt verlinke ich unten ne für Interessen halber wer dafür Interesse hat ähm dann könnt ihr auch da so rum stöbern ich weiß gar nicht was der noch alles hat ne also Sandsäcke haben sie da für Silo und auch für so Ballenvlies zum festmachen äh es gibt auch so Dorn die du da rein stecken kannst wie so ne riesiger Nagel oder wie so ne ja Heftzwecke oder so ne so riesig ne die man dann Ballen also durchs Vlies sticht und dann in den Ballen rein sticht und dann wird da halt der Ballen das Vlies halt stramm gehalten genau ja soweit dazu äh gibt es sonst noch was eigentlich nicht war jetzt vielleicht nicht ganz so doch ein bisschen lange ist es ja geworden gute 20-25 Minuten ja mit meinem Gelaber jetzt 25 Minuten bestimmt und ja das war's soweit und dann würde ich sagen ich hoffe es hat euch wieder ein wenig gefallen lasst doch mal wieder einen Daumen da ein Abo wäre auch schön einen schönen Kommentar wäre auch schön und genau und dann werden wir uns wahrscheinlich im nächsten Video wiedersehen also bis dann Tschüss